8. Kapitel Am nächsten Abend stand Hermine pünktlich nach dem Abendessen wieder in Professor Snapes Büro. Sie hatte die Pergamente, die sie am Vorabend bekommen hatte, am Nachmittag noch durchgelesen. Sie handelten sich um eine Zutatenliste mit extra Anmerkungen für einen bestimmten Trank, den Professor Snape anscheinend erfunden hatte oder gerade dabei war, zu erfinden. Hermine hatte eine ungefähre Ahnung, um was für einen Trank es sich handelte, aber die genaue Wirkungsweise konnte sie nicht erkennen. Sie hoffte, dass der Professor ihr alles erklären würde, wenn sie wieder am Brauen waren. Er verbesserte gerade den letzten Aufsatz der ersten Klasse und wandte sich dann an Hermine. Haben Sie das Rezept gelesen? fragte er und räumte nebenbei die Pergamente in eine Schublade. Ja, Professor, meinte Hermine schlicht und legte ihm die Pergamente auf den Tisch. Sehr gut. Kommen Sie mit und bereiten Sie die Zutaten vor. Wo alles steht, wissen Sie bereits. Das waren die letzten Worte, die er für eine Weile sagte. Hermine holte die benötigten Zutaten aus dem Schrank und begann, sie für den Trank zuzubereiten. Professor Snape hatte nebenbei begonnen, den Kessel zu erhitzen und warf immer wieder ihre Zutaten in den Kessel und rührte komplizierte Muster. Nachdem alle Zutaten verbraucht worden waren, legte er einen komplizierten Zauber über den Kessel und wandte sich an Hermine. Räumen Sie alles weg und dann können Sie Fragen stellen, wenn Sie wollen. Hermine war erstaunt, dass der Professor ihr erlaubte, Fragen zu stellen. Und so beeilte sie sich und räumte ihren Arbeitsplatz auf. Als sie fertig war, trat sie wieder neben den Professor und sah in den Kessel, der nun leicht kochte und vor sich hin blubberte. Was genau ist das für ein Trank, Professor? fragte sie, ohne den Blick abzuwenden. Was denken Sie denn, ist das für ein Trank? sagte nun Snapes leise, tiefe Stimme, die Hermine eine Gänsehaut verursachte. Sie drehte sich leicht zu ihm und sah ihm in die schwarzen Augen und drohte sich in ihnen zu verlieren. Aber sie riss ihren Blick los und begann, ihre Theorie vorzutragen. Nun, anhand der Zutaten könnte es ein Heiltrank sein, aber er hat auch einige Ähnlichkeit zum Trank der lebenden Toten. Ich vermute, dass es sich um eine Mischung aus beiden handelt, auch wenn ich das in Trankform noch nie gesehen habe. Bravo, Miss Granger, Sie haben völlig recht. Dieser Trank soll den Patienten in einen Heilschlaf versetzen, der Träume unterdrückt, aber gleichzeitig heilt und die Selbstheilungskräfte aktiviert. Dieser Schlaf wird dann so lange anhalten, bis die Person außer Lebensgefahr ist oder so weit wiederhergestellt, dass man sie nicht mehr ständig beaufsichtigen muss. Hermine war wieder einmal beeindruckt. Sie hatte einen wahren Meister vor sich. Professor, warum erlauben Sie mir eigentlich so viel zu fragen? Sie war wirklich verunsichert, da er so nett zu ihr war. Normalerweise wirkte er sie immer sofort ab oder ignorierte sie im Unterricht, aber hier war er wie ein anderer Mensch. Irgendwas konnte da nicht stimmen, nur was es war, wusste sie noch nicht. Weil ich Sie inzwischen kenne, Miss Granger, Sie würden doch an Ihren Fragen ersticken, meinte Snape nur belustigt und zog eine Augenbraue in die Höhe. Hermine wurde daraufhin etwas rot und sah wieder in den Kessel. Sie können übrigens nun gehen. Morgen wird der Trank fertig gebraut und dann ist Ihre Strafarbeit auch beendet. Sie können morgen noch die restlichen Fragen stellen. Auf Wiedersehen, Miss Granger. Hermine verabschiedete sich und machte sich dann wieder auf in den Gemeinschaftsraum. Dort blieb sie eine Weile bei ihren Freunden und spielte mit ihnen Exploding Snap, ehe sie in ihr Zimmer ging. Dort angekommen, holte sie ein leeres Pergament und ließ mit ihrem Zauberstab eine Liste mit allen Personen, die auf Hogwarts wohnten, erscheinen. Sie überlegte kurz und begann dann, die Liste zu verkürzen. Als erstes löschte sie enge Freunde und Personen, die sie offensichtlich nicht mochten, weg. Sie strich auch viele Namen durch, bei denen sie wusste, dass sie Snape nicht mochten. Und so blieben etwa 20 Schülernamen über. Die meisten stammten aus Slytherin und nur sehr wenige kamen aus den anderen Häusern. Aus Gryffindor war niemand dabei. Zuletzt strich sie noch ein paar Namen durch, die nichts mit der Muggelwelt am Hut hatten, geschweige denn einen Computer besitzen konnten. Zufrieden mit sich selbst betrachtete sie die Liste. Die meisten kannte sie nicht wirklich und sie beschloss, diese Personen die nächsten Wochen unter die Lupe zu nehmen. Sie legte die Liste zur Seite und schnappte sich ein Pergament, um Tobias zu schreiben. 20.48 Uhr in Hogwarts Betreff Identität Guten Abend, Tobias. Weißt du schon, wer ich bin? Jean Zwei Minuten später Ich wollte dir gerade schreiben. Nein, ich bin mir noch nicht komplett sicher, aber ich habe da meine Vermutung, die sich sicherlich in den nächsten Tagen bestätigen wird. Weißt du denn schon, wer ich bin? Zwei Minuten später Ach, wen vermutest du denn hinter Jean? Und nein, ich weiß es auch noch nicht genau, aber ich habe inzwischen eine engere Auswahl, die ich noch etwas beschatten muss. Dein Geheimnis ist also bald gelüftet. Eine Minute später Das verrate ich dir doch nicht. Ich werde es dir erst sagen, wenn ich mir sicher bin. Eine Minute später Ich werde es trotzdem vor dir erraten. Zwei Minuten später Ach, meine wunderbare, liebe Jean. Ich bin mir so gut wie sicher, wer du bist, und ich denke, dass du sowieso falsch liegen wirst. Eine Minute später Dann sag mir doch mal, wer ich bin. Beweise, dass du weißt, lieber Tobias. 30 Sekunden später Nein, aber du hast braune Haare und hasernussbraune Augen. Sehr hübsche übrigens. Eine Minute später Das haben doch viele und ist noch lange kein Beweis. 20 Sekunden später Möglich, aber bei dir bin ich mir sicher. 40 Sekunden später Ja, okay, du hast recht mit den Haaren und Augen. Und danke. Ich gehe nun schlafen und grüble weiter, wer du bist, Unbekannter. 20 Sekunden später Gute Nacht, Jean Neuntes Kapitel Die Wochen zogen ins Land und der Silvesterball rückte immer näher. Hermine hatte über die Wochen hinweg die Jungs der Liste etwas beschattet und hatte nun alle bis auf zwei durchgestrichen. Einer war ein Junge aus Ravenclaw, ich habe es dir gesagt, meinte Ginny, und einen Slytherin, den sie aber nicht kannte und der auch nicht wirklich verdächtig wirkte. Sie schrieb fast täglich mit Tobias und hatte ihn immer lieber gewonnen. Sie schrieben viel über Bücher und manchmal auch über persönlichere Dinge, die aber nie auf ihre Identität schließen ließen. Hermine hatte in ihm einen sehr guten Freund gewonnen, den sie immer mehr mochte, auch wenn sie nicht wusste, wer er war. Durch seine Art und seine Liebe zu Büchern gefiel er ihr umso mehr und sie hatte oft leichtes Herzklopfen, wenn sie ihm schrieb. Gleichzeitig musste sie aber immer öfter an Professor Snape denken, mit dem sie am letzten Abend der Strafarbeit noch bis tief in die Nacht über verschiedenste Zaubertränke diskutiert hatte. Seit ihrer Strafarbeit hatte sie ihn immer öfter beobachtet und erkannte auch immer mehr die Privatperson, die hinter seinem Auftreten lag. Wenn sie ihn genauer betrachtete, wirkte er nie wirklich böse und gemein. Er war zwar sehr streng, aber das musste er sein, wenn so viele in Zaubertränke herumblödelten und sich und die anderen in Gefahr brachten. Sie hatte gemerkt, dass er sehr zurückgezogen lebte und auch nur mit wenigen Professoren Kontakt hatte. 17.52 Uhr in Hogwarts Betreff? Ball. Nein, nicht das runde Ding, das zum Tanzen. Tobias, ich habe mir nun seit Tagen überlegt, wie wir uns auf dem Ball erkennen sollen. Dass wir beide falsch liegen, ist ja gut möglich. Vielleicht sollten wir uns ein Erkennungsmerkmal ausmachen, falls wir doch falsch liegen. 8 Minuten später Das ist eine gute Idee. Hast du einen Vorschlag? Es sollte nicht zu auffällig sein. 2 Minuten später Das ist schwer. Bei mir ginge ja ein bestimmtes Armband oder eine Kette oder eine Farbe, aber bei dir fällt mir leider nichts ein. Hast du eine Idee? 3 Minuten später Ich überlege mir etwas, aber erst gehe ich in die große Halle essen. Ich schreib dir später. Einige Minuten später ging Hermine mit Ginny in die große Halle, um zu essen. Sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie so großen Hunger hatte, da sie so abgelenkt gewesen war, und überlegte, wie sie Tobias am Ball erkennen sollte. Als sie sich von dem Pergament losriss und in den Gemeinschaftsraum kam, waren Harry und Ron schon weg. Dafür saß Ginny vor einem Kamin und kam mit Hermine mit. Auf dem Weg in die Halle erzählte sie Ginny von dem Erkennungsproblem. Gerade als Ginny ihr antworten wollte, lief ihr Tränkemeister mit großen Schritten durch die Tür zur Halle und würdigte sie keines Blickes. Hermine schüttelte leicht mit dem Kopf und fragte sich, warum er eigentlich immer so Auftritte hinlegte. Später machte Ginny Hermine den Vorschlag, dass ihr Tobias einfach keine Krawatte oder Fliege tragen sollte. Es trugen zwar mehrere Jungs keins von beidem, aber sie hatte ja ihre Liste und konnte viele ausschließen. Hermine war dankbar für diese Idee und beeilte sich, nach dem Essen in ihr Zimmer zu kommen. Dort wartete schon ein Pergament auf sie, und darauf lag ein schmales Armband. Sie sah es kurz verwundert an, schnappte sich dann aber das Pergament, um die Nachricht zu lesen. 18.59 Uhr in Hogwarts, Betreff, Ball Hallo, Gin. Mir kam beim Essen eine ausgezeichnete Idee. Da du als Frau Schmuck tragen kannst, ohne dass es groß auffällt, habe ich dir ein Armband mitgeschickt. Ich bin mir inzwischen sicher, wer du bist, und ich weiß, dass es zu dir passt. Das Armband ist schon lange in meiner Familie, und ich würde mich freuen, wenn du es am Ball trägst. Zurückgeben kannst du es mir persönlich, wenn du herausgefunden hast, wer ich bin. Tobias Hermine legte das Pergament nun zur Seite und besah sich das Armband genauer. Es war aus Silber, und es bestand aus Edelsteinen, die noch einmal in Silber gefasst waren. Als sie sich die Edelsteine genauer besah, merkte sie, dass es sich um Smaragde, Saphira und Rubine handeln musste. Das Armband musste unfassbar teuer sein. Sie versuchte es, Tobias zurückzuhexen, aber es funktionierte nicht. Acht Minuten später Das kann ich nicht. Das Armband ist zwar wunderschön, aber viel zu kostbar. Was ist, wenn es mir gestohlen wird, oder ich es verliere oder kaputt mache? Ich habe versucht, es dir zurückzuschicken, aber es funktioniert nicht. Bitte nimm es zurück. Vier Minuten später Ich dachte mir schon, dass du es zurückhexen willst, aber ich habe es davor geschützt. Mach dir keine Gedanken um das Armband. Es ist durch einige Zauber geschützt. Wenn ich nicht wollte, dass du es trägst, könntest du es nicht einmal anfassen, da es dich sonst schocken würde. Und gegen Diebe sind auch noch einmal zwei nette Zauber drauf. Trag es einfach. Für mich, liebe Jean. Und um dich abzulenken, hast du schon ein Erkennungsmerkmal für mich? Zwei Minuten später Wenn ich herausfinde, wer du bist, werde ich dir ein paar Flüche an den Hals hexen. Aber gut, ich werde es tragen. Und ja, ich habe zumindest eine Idee. Wirst du eine Fliege oder Krawatte auf dem Ball tragen? Eine Minute später Wieso? Sollte es mein Erkennungsmerkmal sein? Eine Minute später Ja, sollte es. Am besten trägst du weder das eine noch das andere. Eine Minute später Das lässt sich einrichten, denke ich. 30 Sekunden später Perfekt Nox Den Kanal und mich kannst du durch PayPal, die Amazon Wishlist oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile, Geschenke und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana Deine Jana